Als Kind hat man natürlich verschiedene Träume, wie jeder. Je älter er sich wurde, umso mehr war klar, dass ich Bauer werden möchte. Das habe ich dann auch gelernt. Hier ist es uns wichtig, dass man sich als Vieh Zeit nimmt. Wir betreuen sie gut, beobachten sie gut. Und ja, es gehört irgendwie zur Familie. Es gibt Tiere, die sind bis 15 Jahre bei uns. Und dann weiss die Kuh, wie der Bauer tickt und umgekehrt. Die Entwicklung geht weiter in jedem Beruf, auch in der Landwirtschaft. Und da kann man nicht alles so machen wie Grossvater oder Vater, das ist logisch. Aber so viel wie möglich halten wir an der Tradition fest. Wir sind mit den Eltern gross geworden, haben das Handwerk von ihnen abgeschaut, gelernt. Wir arbeiten zwar zusammen, aber man lebt auch zusammen. Mit der ganzen Familie und mit den Tieren zusammen. Das ist auch Lebensqualität und das geniessen wir auch. Ich bin gerne ein Schweizerin und auch gerne Bergbauer. Ich kann mir nicht vorstellen, etwas anderes zu sein. Ich geniesse diese Arbeit zusammen mit der Natur, mit der Familie und mit den Tieren. D Xen. D Xen. D Xen. D Xen. D Xen.